Support, ein altes Jungle, support. Wir könnten Lux spielen. Wir können auch wenn das Wayne das nicht will. Defensive wäre halt Nami. Nami ist aber auch schwerer zu treffen. Ups, hab ich mir schön abgeholt. Ach komm, auf Level 2 hab ich irgendwie nicht so... Ich bin zu dumm im Ausweichen aktuell. Die Mini hat grad nen Schritt vor. Ach komm. Alter. Ich geh halt wirklich noch nach hinten, Mann. Ich bin grad richtig kacke. Hätte vielleicht erstmal Aram spielen, sonst mal einspielen oder sowas. Oh nö, sie flasht da noch. Komm schon. Jawohl. Sehr schön. Ja, ne ist doch noch geblieben. Oh. Wow. Wow. Bis dann. Ja, nö. Ups. Ich kann nicht mehr helfen. Oh fuck. Ich kann dir doch nicht mehr helfen, wenn ich meine Kohle uns raus hab, die Jungs. Okay. Das nehm ich. Sehr schön. Schöne Gang Jungs. Wir schaffen das. Schöner Gang. Alle miss. Irgendwie. Ich kann euch ja nicht helfen. Nicht mehr ansatzweise. Ich kann euch ja nicht helfen. Ich kann euch ja nicht helfen. Nicht mehr ansatzweise. Das macht sie hier. Holy fuck. Ach ne, ich hasse diesen. Mäh. Ich muss eher side-steppen, weniger rein oder zurücklaufen. Da kann ich nicht mehr helfen Wenn du so deep reingehst Oh shit The shitle mctittles Die machen Absoluten Übergang genommen Ich habe meine Ulti nicht Das ist schade Die letzten 10 Sekunden Ich heize noch ein bisschen dort Ah der heilt sich wahrscheinlich Derzeit wird zu viel Schade Was machst du? Wayne Nein Nein Ich weine dich halt einmal aus ne Don't do it Geh da raus Wayne du bist halt Du bist halt gebooted Ich save dich halt Und du gehst wieder rein Du bist halt Booted Oh fuck Oh oh Nein Ich bin tot und ich bin vor allem so viel wert Das ist dumm Das ist dumm Das ist dumm Das war gern zu Ende Ich bleib dann ewig dort Kacke Das lächeln kann die Nacht erheben Ich habe doch kein Hier Ach man Ach man Ich will hier nur ein bisschen Pauken Und die Leute denken immer gleich Oh nein So jetzt mache ich hier mein Schild Damit ich möglichst viele Leute retten kann Ich bin jetzt lecker Ich werde die Ich bin damit Ich werde mich noch nicht Wenne mit Ich meine Schild Das war Ich bin Ich bin Der Bait war real! Der Lux Bait! Nice! Der Wayne Kill. Wayne Doppelkill, mega nice. Willst du jetzt wirklich chasen? Hör mal auf! Hör mal auf! Okay, jetzt töte sie. Sehr schön. Hehehehe. Hehehehe. Ich mag die Lux. Ich bin hier nicht so erpicht drauf, den rein zu pushen tatsächlich aktuell. Bei unserem aktuellen Mordstand. Oh oh! Ja, da. Wurde einfach kollapsen. Verprügel ihn! Sehr schön. Wir haben hier drüben halt noch jemanden theoretisch. Bleib doch mal hier! Ja. Da kann ich euch nicht helfen, Jungs. Wer da rein geht. Jetzt. Kann ich euch nicht helfen. Null. Jetzt. Bleib doch da draus, Alter. Ja. Ich hab keinen Meiner mehr. Ja, er geht halt immer all in, Mann. Er steht auf 3-7 und geht immer all in. Äh. Okay. Okay, Mundo. Warst du am chatten? Wer ist voll eingeköchelt. Seid ihr irre? Ja. Okay. Vielleicht geht's doch trotzdem. Also vielleicht ist unser Wayne doch schon auf dem Stand, wo der jetzt durchkellen kann. Nein! Nein! Doch, ich hab noch einen Heel draufgekriegt. Nein! So, den haben wir bekommen. Was machen wir jetzt da draus? Müssen wir eigentlich die Mitte Runde pushen. Äh, Quatsch. Damit. So, ping. Theoretisch. So, dann einfach die Mitte Runde. Okay. Mach mal nicht. Gehen wir back. Ich hab überall ein Schild drauf gehabt. Assists. Okay. Kommst du? So. So. Ich würd auch sagen wir machen nochmal ein paar. Wobei ihr macht den Mitte Runde eh schon. Waaat? 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 Was war denn das für ein Feed? Das war ja übel geintet. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Yes. No x6 Was machen wir jetzt nicht minds mundo einfach rein, oder wat? Mich hinten. Mundo. Nice. Waaat? Die laufen hinten rein? Ja. Hab ich auch nicht gerafft. Warum läuft mir von hinten rein? Welche Irrer? Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. What? Oh, shit. Bei mir hat er sich nur geordnet, Alter. Alter, ne Wayne, die dort hinten reinläuft in die Gegner. Holy shit. Was für ein Ding spielen wir hier eigentlich? Aber die Wayne, wie steht denn die? Ach, 14,6. Könnten wir wahrscheinlich sogar enden. Ah, ich bin nicht gut in dem Game gewesen. Bin nicht gut. Die Wayne hat sich mehr zugetraut als ich. Ende doch einfach. Jetzt fiel ich nochmal rein. Äh, fiel ich nicht rein. Er fehlt da rein. Er fehlt da rein. Und shit hat mich einfach enden können. Äh, nein. Nein. Du kannst doch nichts mehr tun. Nidali. Gut gemacht, Nidali. Ich meine, das andere ist ein Mundo. Okay. Okay. Ich lass es auch. Ich bleib da weg. Bei meinem Wort steht halt immer noch, Mann. Nope. Aber die müssen trotzdem was zu tun. Das ist nicht gut. Nidali. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. so können wir hier da das wäre nächstes tier oder so mache ich das halt weil ich finde es sinnlos sonst okay wir machen ihnen eben finde ich einfach direkt okay auch eine option gebe ich zu wäre auch noch so gewesen alles klar gg ich hab ein rank geworden und es lag eigentlich nicht an mir wobei sieht man das gerade mit stieh hoch genommen ihr wendt gg bürgerwordert abgeschlossen klar moment yo Wut? 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 Alter wir hatten 3s in dem Game